Hallo und willkommen zurück auf Hell's Kitchen Den Bereich sichern? Welchen Bereich? Ach den hier Was sind denn da Schwäge? Oh, der ist vor mir Ein Felsen, ne? Gucken mal, ob ich hier ein Geschicks hier oben draufstellen kann Ja, kann nicht Keiselschlüsse Oh, ich nehme immer die scheiß falsche Mein Gott Ich will immer Granate werfen Und dann kriege ich Kuh Uh, Granate Es ballert und ballert, aber es trifft nicht wirklich Alles Ich habe ja auch mit dem Ballert mit meinem Geschütz Hast du auch Geschütz? Ja, dort ist es meins Halt gar nichts Wollt ihr das wieder mitnehmen? Nee, das geht dann kaputt Und dann Riechst du nice Okay Schlüssel erforderlich Ganz unten zur Tür schon mal gehen Guck mal, wie die Sand Ekelhaft Ja, was meinst du, warum das so viel Papadecke liegt? Ja, hier ist Nachschub wieder Da sind wir schön drüber gelaufen Deswegen hat er so Gemacht So Knatschgeräusch Sind die schönen Stiefelchen Einges heute Passiert Hier sind Feinde, aber Naja Wir brauchen die Medikamente Achso Ja, hier sind schon Feinde Aber das schießt Ah, falsch Das ist schon kaputt Hinter dir Was? Ne Ist überall rot hier Ah, das ist wahrscheinlich die Werbung da rum Hinter uns Ja, aber nix Hast du die Kiste? Eine habe ich Aber der geht so langsam der Hund Hier musst du die Jetzt kommen sie von hinten Ei, 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 ei Warte, ich hab helf Bitte Eiltest du dich überhaupt? Nein, ich weiß nicht mehr, was du gemacht hast So ein Päckchen habe ich dir hingeschmissen Achso Keine Ahnung Aber irgendwer baut dich Gesundheit ein bisschen auf Aber das konnte ich mal so machen Ich hole ein Köpfchen Wie legt man das Ding ab? Mit elf Ah ja, ich hab's schon Sorry, auch schon Dann brauchen wir auf Steuerung Dann wird es automatisch auf Dann wird es halt wieder mit Schön gemütlich gehen Natürlich Ja, das seht ihr nicht Ja, das seht ihr nicht Nee, natürlich nicht Woll den nächsten So, ich glaub deine ist kaputt Kann sein Ja, da komm Eile, ich renne Der ganz Magazin Kopfschüsse Gressen Der Köln Gut Und jetzt Ich weiß doch, guck mal, ob ich mir zacks auf dem Radar oder storena war, wo ich jetzt stehe Das ist doch einer jetzt Das ist schon eine, so Ja, hab ich Das ist fertig Munition ist ziemlich Wir brauchen diese Vorräte wirklich Danke Guck mal, hier ist was Blaues zum Mitnehmen Für mich nicht Hier ist noch was Blaues Für mich nicht Für mich ist es Weiß So Gut, Hammer Was haben wir hier jetzt noch? Hm Da voraus ist noch eine Hä? Ja, ich hab mich grad gehalten Ne, ich guck nur wo die Ach, da drüben Wir müssen zurück ein Stück Mal doch zu denen Wo wir vorbeigelaufen sind Hm, sind da keine mehr Doch da Hier Hier geschützt Aua Boah, das hat er wohl an kalten Hat er doch was geschmissen Level 15 Wieso bin ich schon schon mit 15? Wer denn? Ich? Ich hab noch ein paar Punkte bis Also, so ein Drittel Balken Bis? 15 Achso, okay Ach, da bist du immer nur 14 Äh, 13 Aber nicht Link, rechts, unten 6 ist doch Ach da Ich hab nicht geschaut Ich glaub, wenn man 78 Keine Ahnung Wer für die Stände lang Munition wäre nicht schlecht Wenn wir mal was finden Hm Naja, 400 Schuss 460 noch Naja, 560 Ui Feinde, wollen wir die kaputt machen? Ja, komm Die haben wir auch ein bisschen Munition fallen lassen Ja, ohne Splittergranate Aber sonst nix Ne, bei mir war es Munition Na? Ola Na? Achtung, es wird gemeldet Dass sich Rikers und Unbekannte In einem Parkhaus In der 25. West Das wird aber blöd Oben ist einer Die Schäden schon wieder auf mein Geschütz, die Säcke Ja, nehmt Oh gut Der Klobe war Mitten unterm Mitten im Sprung Ja Gtf Verstärkung angefordert Gtf Verstärkung angefordert Gtf Verstärkung angefordert Verbut Warnung, Feindkräfte näher an sich Und er hat doch noch Was bei dir? Warnung, streng Vorrichtung wurde entdeckt Der Klobe war schon weit weg Ah, doch Ah, Bubi Flatsch Ah, Mist Ah, der traut sich aber hier Der ist ja auch reingelogen da Was ist denn mit dem? Meint, halt Den du hast jetzt mal nix Ja, ich mach ja nix Ah Jetzt hab ich's nicht gesehen Schade Da ist die Sprengvorrichtung Oder? Ach so Vielleicht Wollen die sie legen Oder so Was geht denn der Zauber? Ist schon wieder einer die Leitern auf So So 87 3 93 Was? Danke Agent 87.000 XP von 93.000 XP für Level ab Ach so 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 abgebildet sagt es doch etwas komisches lilas oder hier in dem bus oder was werkzeug ist das werkzeug naja wo ist noch mal werkzeug doch in mir noch mal werkzeug hier brauchst du euch moni oder geht es noch 600 schuss habe ich naja das geht dann noch hier ist ein kampf direkt vor uns 50 meter hier rechts irgendwo die kommunikation ist gestört und wir brauchen jemanden der die unterbrochenen kanäle wiederherstellt sowohl wörtlich als auch im übertragen da hängt einer aber ich werde jetzt schon geschossen da oben ist noch so kiste oder ist da was anderes mir bringt sowas also da kann ich mal mit das ziel ich komme ich komme der schießt ganz schön granale bei dir oben ist noch einer oder der vermittelt doch bist du der ganz oben da habe ich habe ich aktiviert aber das nächste ist hier drüben kommen wir mit die komischen blauen lagen die schießen schon ganz schön aber ich sehe sie nicht richtig aber sie treffen ohne wohnung oh scheiße da 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 glaube ich aber noch einmal zeit falsch es ist keine munition ist noch akkert ist es die überhaupt da mal das war's aber das war's aber das war's ja stimmt scheiße munimoil Telefon war da Voraus. Ja, der stellt sich die ganze Zeit im Weg, der Typ an mir. Warnung, Feindkräfte näher an sich. Hä? Schaut sein auf grün. Schaut hier. Dicke. Au. Ich kann doch nicht mal den Eindruck mit der Wood schießen, ne? Au, au, au. Wo schießt denn Dings? Das ist nicht. Oh, jo, 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 jo. Hier, wir brauchen Muni. Ich hätte nichts dagegen, Sie immer mit dabei zu haben. Er ist ein Köfferchen. Na gut, wir holen uns neue Munition und dann sind wir bei der nächsten Mission wieder am Start. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.